Hallo aus Schweden. Hallo. Wir sind von Cyprus. Internationale Flair auf dem Budapester Heldenplatz. In der ungarischen Hauptstadt wird Mittwochabend in der Puskas Arena der erste Fußball-Europapokal der Saison ausgespielt. Das Duell zwischen FC Sevilla und der AS Rom zieht aber nicht nur Fans aus Spanien und Italien in den Bann. Ich komme zum Europa-League-Final in Budapest und ich bin sehr glücklich über die Organisation. Ich hoffe, dass wir morgen ein sehr gutes Fußball sehen. Und ich wünsche mir guten Glück für alle von den italienischen und spanischen Teams. Ich unterstütze Arsenal, aber Arsenal sind jetzt in der Europa-League-Final. Aber Rom ist mein zweites Lieblings-Team. Auch das römische Maskottchen Robolo, der Wolf, hat es nach Budapest geschafft. Roms Star-Trainer Jose Mourinho kann seinen sechsten Europapokaltitel holen und damit Giovanni Trapattoni als Rekordhalter übertrumpfen. Wir kommen hier und unterstützen die Fußball-League-Final. Wir sehen uns einen schönen Fußball-League-Final und die Fußball-League-Final hier in Budapest für die erste Mal. Und natürlich mein Herz ist eine Marokkanische Origine, also wir gehen für Sevilla. Wir haben zwei Marokkaner Spieler, und dann haben wir Bono, der Spieler, und eine Serie, also der Streicher. Wir haben diese zwei gute Spieler. Sevilla hat schon sechs Europa-League-Titel geholt. Egyelöre nem sok mozgást látszódik itt a Budapesti Puskás-Arénánál, de az előkészületek már zajlanak a szerdai Európa-Liga mérkőzés előtt, amelyre több tízezer szurkolót várnak. A foci drukkerek még a város turizmusát is fellendítik. Senuda Nóra, Euronews, Budapest.